Hallo Thomas, schön wieder hier zu sein. Hallo Josefine, freut mich auch sehr. Heute mal in ungewohnter Rolle für dich. Mal vor der Kamera, nicht wie immer dahinter. Sehr schön, freut mich. Ja, ich habe, denke ich, etwas Tolles mitgebracht oder da für dich, was ich dir gerne nicht vorenthalten möchte. Wir haben also dieses Jahr, auch wie letztes Jahr, wieder sehr viele Spenden zu Ende Dank von den Kirchengemeinden bekommen. Und unter anderem auch sehr viele Äpfel. Und da haben wir uns dieses Jahr dafür entschieden, einen Apfelsaft pressen zu lassen. In Verbindung mit Phasenwerk und mit dem Werbeshop. Die haben sich da also an den Kosten beteiligt. Und ja, der wird verkauft, wird in den Verkauf gehen. Und der Erlös davon kommt dann unserer Tafel zugute. Super Idee, Thomas. Ich würde sagen... Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Es duftet herrlich. Das stimmt. Zum Wohl, Thomas. Zum Wohl. Sehr schlecht, ne? Super. Zum Wohl. Zum Wohl.